Der Küster von Myrka Eine Sage aus Island Es lebte in alten Tagen ein Küster auf Myrka im Öfjord. Sein Name wird nicht genannt. Er war aber Gutfreund mit einem Mädchen, das Gudrun hieß und nach der Aussage einiger Leute auf Begisar jenseits des Hörkbares zu Hause war, wo sie bei dem Pfarrer im Dienst war. Der Küster hatte ein Pferd mit grauer Mähne, das er Faxe nannte, und das er immer ritt. Es geschah einmal, kurz vor Weihnachten, dass er nach Begisar kam, um Gudrun zum Weihnachtsfest nach Myrka einzuladen, und er versprach, sie zu einer bestimmten Zeit abzuholen und sie zu dem Schmaus am Tage vor Heiligabend zu begleiten. In den Tagen, bevor der Küster hinritt, um Gudrun einzuladen, war viel Schnee gefallen und Eis hatte sich auf dem Wasser gebildet. Aber an dem Tage, an dem er nach Begisar ritt, war Tauwetter, und im Laufe des Tages wurde der Bach durch Treibeis und starke Strömung unpassierbar. Er zog von zu Hause fort, ohne daran zu denken, was sich tagsüber geändert haben könnte, und glaubte, der Bach wäre noch derselbe wie am Morgen. Über den Oechsne-Dalsbach führte eine Brücke. Als er aber an den Hörkbach kam, war dieser gestiegen und hatte das Eis gesprengt. Er ritt daher an dem Bach entlang, bis er gegenüber von Sauböhr war, dem nächsten Hof von Myrka, wo eine Brücke über den Bach führt. Der Küster ritt auf die Brücke hinunter. Kaum aber hatte er ihre Mitte erreicht, als sie zerbrach und er in den Bach fiel. Als der Bauer auf Tjöfolt am nächsten Morgen aus seinem Bett stieg, sah er ein gesatteltes Pferd auf seinem Heimacker stehen, und es war ihm, als ob er des Küsters Faxe wiedererkenne. Dabei wurde ihm etwas eigen zumute, denn er hatte den Küster am vorhergehenden Tag dort vorbeireiten sehen, aber nicht bemerkt, dass er zurückgekehrt war, und er ahnte bald, was vorgefallen war. Er ging nun auf den Acker hinaus, und es war richtig Faxe, der da stand, triefend nass und arg mitgenommen. Dann ging er an den Bach hinunter, nach der sogenannten Tjöfoltznäs. Dort fand er den Küster gleich vorn an der Landzunge, an die er als Leiche angetrieben war. Der Bauer zog sogleich nach Mörka und erzählte diese Neuigkeit. Als man den Küster fand, war sein Hinterkopf sehr von den treibenden Eisschollen beschädigt worden. Er wurde nach Mörka gebracht und in der Woche vor Weihnachten beerdigt. Seitdem der Küster von Begisar fortgezogen war und bis zu dem Tage vor Heiligabend war keine Nachricht über das Vorgefallene von Mörka gekommen, des ununterbrochenen Tauwetters und der starken Strömung wegen. Aber am Tage vor dem Fest hatte sich das Wetter geändert, und nachts war das Wasser im Bach gesunken, so dass Gudrun Hoffnung hatte, zum Weihnachtsfest nach Mörka zu kommen. Gegen Abend begann sie sich zu putzen, und als sie sich fast fertig geschmückt hatte, hörte sie jemand an die Türe klopfen. Ein anderes Mädchen, das bei ihr stand, öffnete, sah aber niemand draußen. Draußen war es weder hell noch dunkel, denn der Mond segelte hinter Wolken, die unaufhörlich an ihm vorüberglitten. Das Mädchen kam herein und sagte, dass sie nichts gesehen hätte, Gudrun aber meinte, »Dann wird es wohl mir gelten. Nun werde ich hinausgehen.« Sie war inzwischen fertig geworden mit Putzen, und sie brauchte sich nur noch den Mantel anzuziehen. Sie nahm den Mantel und zog den einen Ärmel an, den anderen aber warf sie über die Schulter und hielt ihn fest. Draußen sah sie Faxe vor der Tür stehen, und daneben einen Mann, den sie für den Küster hielt. Ob sie miteinander sprachen, weiß man nicht. Der Mann aber hob Gudrun aufs Pferd, bestieg es dann selbst und setzte sich vor sie. Sie ritten nun eine Weile, ohne miteinander zu reden, und kamen an den Hörkbach, an dessen Ufer hohe Eisblöcke aufgeschichtet lagen. Als das Pferd über einen solchen Eisblock sprang, wurde der Hut des Küsters hinten aufgehoben, und da erblickte Gudrun den bloß gelegten Schädel. In diesem Augenblick verzogen sich die Wolken vor dem Mond, da sagte er, »Der Mond gleitet, der Tod reitet, siehst du nicht den weißen Fleck im Genick, Garun, Garun?« Sie entsetzte sich darüber, schwieg aber. Andere dagegen sagen, daß Gudrun selbst seinen Hut aufhob und dabei den weißen Schädel entdeckte, und daß sie dann gesagt habe, »Ich weiß nun, woher das kommt.« Nun wird nichts mehr über ihre Gespräche oder ihren Ritt berichtet, bis sie nach Mörka gekommen waren, wo sie vor der Seelenpforte vom Pferd stiegen. Da sagte er zu Gudrun, »Hier nun warte, Garun, Garun, bis geführt ich faxe, faxe, weiter an die Mauer, Mauer.« Er ging dann fort mit dem Pferd, sie aber blickte zufällig in den Kirchhof hinein und erschrak, als sie ein offenes Grab entdeckte. Da kam ihr der Gedanke, den Glockenstrang zu ziehen. Plötzlich aber packte sie jemand von hinten, und es wurde nun ihr Glück, daß sie keine Zeit gehabt hatte, beide Mantelärmel anzuziehen, denn er zog so stark, daß der Mantel an der Schulternaht des Ärmels, den sie angezogen hatte, entzwei riss. Das Letzte aber, was sie von dem Küster sah, war, daß er sich mit dem Mantelfetzen in der Hand in das offene Grab warf, worauf die Erde von beiden Seiten über ihn herabgefegt wurde. Gudrun fuhr fort zu Leuten, bis die Hofleute von Mörka herauskamen und sie holten, denn ihr war bei alledem so Angst geworden, daß sie weder zu gehen, noch mit dem Leuten aufzuhören wagte. Sie konnte sich wohl denken, daß sie hier mit dem Geist des Küsters zu tun hatte, obgleich sie vorher keine Kunde von seinem Tode erhalten hatte. Darüber erhielt sie Gewißheit, als sie ins Gespräch mit den Leuten von Mörka kam, die ihr die ganze Geschichte von dem Tode des Küsters erzählten, während sie ihnen dagegen von ihrem Ritt berichtete. In derselben Nacht, als alle zu Bett gegangen und die Lichter gelöscht waren, kam der Küster und stürmte mit solchem Ungestüm auf Gudrun ein, daß die Leute aufstehen mußten und niemand konnte ein Auge in dieser Nacht zutun. Noch einen halben Monat danach konnte sie nie allein sein und jede Nacht mußte jemand bei ihr wachen. Ja, einige sagen sogar, daß der Pfarrer selber auf dem Bettrand bei ihr sitzen und im Gesangbuch lesen mußte. Schließlich wurde ein Zauberer westlich von Skagefjord geholt. Als er kam, ließ er einen großen Stein, der oberhalb des Heimackers lag, ausgraben und ihn an den Giebel des Schlafhauses wälzen. Abends, als es zu dunkeln begann, kam der Küster und wollte in das Haus hinein. Der Zauberer aber erwischte ihn südlich vom Giebel, zwang ihn dort mit vielen Beschwörungen in die Erde und wälzte dann den Stein über ihn. Und dort soll der Küster heute noch liegen. Nach dieser Zeit hörte der Spuk auf Mörka auf und Gudrun erholte sich wieder. Etwa später zog sie wieder heim nach Begisar, aber man sagte, daß sie nie wieder dieselbe wurde, die sie früher gewesen war. Ich erinnere mich, die sie früher gewesen sind. Und dann die sie früher die sie früher die sie früher die sie früher Die sie früher